Von Bayern. Wer ist der Schlauste aus eurer Mannschaft, würd' ihr sagen? Was ist Schlaustes? Schmallest Person von eurem Team. Wer der Beste in der Schule war? Ich kann nicht sagen. Danach, ich bin Aura. Thomas Müller. Thomas Müller. Wer ist der Schnellste aus der Mannschaft? Der Schnellste? Davies ist er echt schneller als du? Ja, schneller. Krass. Wer hat die besten Skills? So Freestyle-Skills, so das, was ich mache. Ich glaube, es gibt keinen guten Freestyle. Ah, Schupo. Schupo, der kann gut, ne? Ich hab ein Video von ihm gesehen, aber gut. Wer kommt am öftesten zu spät? Wahrscheinlich keiner. Schupo. Was? Zu spät? Ich dachte, kommen immer alle pünktlich. Schupo.